Ja, nächste Woche ist es endlich soweit, das Shadow of the Earth 3 DLC für Elden Ring wird spielbar sein. Geht es euch so wie mir und ihr freut euch mega drauf, habt das Spiel aber selbst schon länger nicht mehr gespielt, dann sollte euch dieses Video helfen, euch auf das DLC vorzubereiten. Ich bespreche in diesem Video wichtige Dinge, die ihr vorm DLC noch machen solltet. Einer der wichtigsten Tipps ist natürlich, wie ihr das DLC startet, wenn ihr es euch heruntergeladen habt. Dazu sind drei Dinge notwendig. Nummer 1, ihr müsst natürlich das Base Game besitzen. Nummer 2, ihr müsst Moog in der Moogwinn-Dynastie besiegt haben, damit ihr Mikellas Cocoon benutzen könnt, um ins DLC-Gebiet zu kommen. Und Nummer 3, Radan muss ebenfalls besiegt sein, bevor ihr das DLC starten könnt. Habt ihr diese zwei Bosse noch nicht erledigt, dann macht das am besten noch vorm DLC. Um zur Moogwinn-Dynastie und Moog zu kommen, gibt es zwei Wege. Weg Nummer 1 ist Vares Quest verfolgen. Ihr trefft diesen in Limgrave und später erneut an der Rosenkirche in Leonia. Für Vares Quest habe ich natürlich ein separates Video auf dem Kanal. Weg Nummer 2 ist erst viel später im Spiel möglich, dafür braucht ihr beide Teile des geheimen Haligbar-Medallions und dann könnt ihr im geweihten Schneefeld einen Teleporter benutzen, der euch zur Moogwinn-Dynastie bringt. Die nächste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, ob ihr einen neuen Charakter anfangen wollt oder einen bestehenden benutzt. Entscheidet ihr euch wie ich für ersteres, dann denkt bitte daran, dass das Spieler-Level für das DLC dem letzten Gebiet ungefähr gleich sein soll. Das heißt, ihr solltet in etwa Level 150 bis 200 sein. Ihr könnt natürlich auch mit einem Low-Level des DLC spielen, es wird natürlich noch schwieriger für euch sein. Ebenfalls könnt ihr auch einen alten Charakter mit euren ganzen Items und Ausrüstungen benutzen. Denkt aber bitte daran, dass pro neuem Spiel plus die Schwierigkeit nach oben geht und vor allem, wenn man das Spiel länger nicht gespielt hat, kann es wirklich sehr schwer sein, dann eben wieder einzusteigen, da der Health-Pool von Gegnern steigt und man mehr Schaden erleidet. Da mein Main-Charakter Stufe 351 und NG plus 7 ist, habe ich ein komplett neues Spiel begonnen und kämpfe mich gerade durch, um alles, was ich an Ausrüstung und so weiter haben möchte, noch einzusammeln. Habt ihr die Möglichkeit, würde ich persönlich storymäßig alles soweit spielen, bis ihr entweder den Erdenbaum abbrennt oder Maleketh im Farum Azula besiegt. Ersteres kann auf Quests Auswirkungen haben, inwiefern es Auswirkungen für das DLC hat, wissen wir derzeit natürlich noch nicht. Nachdem er Maleketh besiegt hat, liegt Kleindell eben unter Sand begraben. Ich würde definitiv das DLC spielen, bevor ich die Hauptstadt verschütte. Geht es um NPCs selbst, ist es eine Überlegung wert, sowohl Gideon als auch Malenia am Leben zu lassen für das DLC, da der Hintergrund und Lore eventuell mit Emi Keller und dem DLC verbunden ist und man eventuell mehr aus den NPCs und deren Story herausholen kann, wenn sie eben noch im Leben sind, sobald man in das DLC beginnt. Ich bin gerade dabei, alle Quests chronologisch oder beziehungsweise in einer einigermaßen sinnvollen Reihenfolge zu machen und habe vor, das alles noch in der Videoserie zu verpacken. Dauert nur, das Ganze natürlich zu spielen. Da mit dem DLC ja neue Waffen eingeführt werden, kann man jetzt noch nicht wissen, welche Waffen oder Bills das DLC dominieren werden. Ich würde euch dennoch raten, mit einem guten Build ins DLC zu gehen und dafür zuvor im Basegame die Gegenstände einmal zu erhalten. Genau deswegen solltet ihr aber auch Larventränen im Inventar haben, damit ihr eure Attribute bei Rinala neu verteilen könnt, um den anderen Build zu spielen. Eventuell findet ihr eine Waffe im DLC, die einfach super ist, aber ihr habt eure Attribute anders verteilt, geht zu Rinala, benutzt eine Larventräne und probiert den neuen Build aus. Es gibt pro Spieldurchgang einmal 18 Larventränen zu finden. Ebenfalls wichtig ist natürlich, dass ihr eure Flaschenverbesserungen alle habt, sowie alle Tränen, die für eure Arzneimischungen benutzt werden können. Sammelt dafür die heiligen Tränen und goldene Saat ein, um die Flaschenladungen an einem Schnellreisepunkt zu erhöhen und zu verbessern. Denkt daran, für die neuen Waffen zur Verbesserung eure Klangperlen gesammelt zu haben. Mit den Klangperlen des Schmiedeschürfers und des Dunkelsteinschürfers könnt ihr bei den Zwillingsjungferhöhlen in der Tafelrundenfeste Schmiedsteine kaufen, sobald ihr eine Klangperle abgegeben habt. Ihr wollt alle Klangperlen abgegeben haben und sicherheitshalber auch die Klangperlen des Geistertallilienpflückers und des Tallilienpflückers gesammelt haben und einmal abgeben. Zwar wissen wir nichts davon, dass es neue Geisteraschen geben wird, aber wer weiß. Und nachdem ihr alle Klangperlen gesammelt und abgegeben habt, denkt auch daran, uralte Drachenschmiedsteine und uralte Drachendunkelschmiedsteine zu behalten. Diese Schmiedsteine sind nicht farmbar und wollt ihr eure neuen Waffen komplett verbessern, sind diese Steine die letzte Stufe, je nachdem, was für eine Waffenart man eben benutzt. Das gleiche gilt natürlich für die großen Geistertallilien und Tallilien. Es gibt pro Spieldurchlauf 13 uralte Drachenschmiedsteine und 8 uralte Dunkeldrachenschmiedsteine. Bei den großen Tallilien gibt es 6 Stück pro Playthrough und 4 große Geistertallilien. Wollt ihr im neuen DLC mehr Chancen auf neue oder seltene Gegenstände haben, dann könnt ihr natürlich Gegenstände oder Talismane benutzen, um eure Objektentdeckung zu erhöhen. Der silberne Federfuß hilft euch einmal dabei, sowie euer Attribut Arcan-Energie oder der Talisman Silverskarabeos. Es lohnt sich auch Runenbogen zu farmen oder eben Inventar zu haben, damit ihr im DLC große Runen aktivieren könnt, um euch zu helfen. Natürlich müsst ihr einmal Runenträger zuvor besiegt haben und die Rune an den jeweiligen Heiligenturm einmal aktiviert haben. Und dann könnt ihr an dem Schnellreisepunkt einfach die Rune auswechseln und mit einem Runenbogen dann aktivieren. Und natürlich solltet ihr auch die Kochbücher zur Objektherstellung alle haben, oder zumindest die wichtigsten, damit ihr Sachen herstellen könnt, die ihr eventuell braucht. Gleiches gilt für etwa die Zauberschriftrollen oder für diese Drachenzauber, die ihr bei den Drachenkirchen mit Herzen kaufen könnt. Es wird im DLC neue Echos geben. Es lohnt sich daher bereits große Mausoleen herunterzubringen. Also ihr wisst, ihr müsst einmal da hinreiten und dann die vier Beine einmal klein hauen, damit die Mausoleen eben auf dem Boden stehen bleiben. Und diese Mausoleen sind eben da, damit ihr Echos duplizieren könnt. Ihr wisst, ihr könnt die Echos in der Tafelrunde einmal eintauschen und es gibt immer zwei Sachen, die man von einem Echo haben kann, aber man kann sich nur eins aussuchen. Gibt es aber ein Echo, wo ihr beide Sachen haben wollt, ohne ein NG Plus zu machen, dann könnt ihr zu einem Mausoleum gehen und eben das Echo duplizieren. Das ist natürlich begrenzt, also ihr könnt pro Mausoleum nur eben ein Echo duplizieren. Denkt aber daran, dass die Mausoleen ohne Glocke die Echos von Runenträgern nicht duplizieren können und wie gesagt, die Anzahl der Mausoleen pro Spieldurchgang begrenzt ist. Kopiert also die Echos vom Basegame, die ihr unbedingt haben wollt. Lasst aber welche über fürs DLC, damit ihr nicht NG Plus spielen müsst, um diese Echos zu duplizieren. Ja, das sind so meine Tipps fürs DLC nächste Woche. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, euch allen noch einen schönen Tag und bis dann!